Uwe! 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 Moin meine Lieblings-Bootster, was geht? Ich bin's wieder, euer Flying Uwe. Ihr seht, es ist voll hier. Smile-O-Dogs und Boots-Stand. Da hinten ist der Neo-Substand. Ich werde euch alles zeigen, den ganzen Ablauf, wie das hier funktioniert. Freunde, guckt euch die Menge an. Wir werden jetzt hier Spaß haben. Auf der P-Bot 2017! So läuft das hier. Wah! Let's go! Youeg! Youeg! So Freunde, Stephanie Davis darf natürlich nicht fehlen, sie ist auch mit am Start. Lass doch einfach hallo, einfach rein, hallo rein schmeißen. Hallo meine Lieben, große Ehre, dass ich Ihnen ein Video gesehen habe. Ja, danke, dass du hier mitmachst. Wir werden jetzt erstmal wieder schön Sachen rausschmeißen und danach geht das gleich über. Also bis gleich. So Freunde, ich gehe jetzt nochmal kurz ins Lager, ich schwitze wie Sau, zieh mir mal einen Tanktop an, dann mache ich ein paar Bilder und dann gehen wir rüber zu Neos da. Guck mal, hier kann ich mir mal was außen trennen und jeder Artikel hat seine Nummer und dann geht jetzt ins Lager rein und sagt, ich hätte hier Nummer 20 in Größe so und so und dann bekomme ich das, so geht das schnell. Deswegen bin ich gleich wieder da. So Freunde, Outfit ist gewechselt, jetzt geht das hier die Menge, Fotos machen, guckt mal an wie voll, schwenkt mal einfach. Guckt euch das mal an. Das ist der pure Wahnsinn. So, ab an die Arbeit. Ich werde jetzt zum Neosabstand zu kommen. Hallo Uwe, einfach ein kleiner Typ, wenn ihr euch gleich sehen könnt, das erste Mal live. Marialer Körper, einfach ein kleiner Typ, immer so geblieben und selber so bleiben. Hallo Uwe, ich sage nur eins, Hashtag Kampfschottdrille. Uwe´s YouTube-Kanal ist erstmal sehr cool und sehr informativ. Und sein Gaming-Kanal ist auch richtig geil, er ist echt die Mario Kart. So, wir sind jetzt hier am Neos-Habstand, ihr seht auch hier ist was los, vielleicht werde ich nochmal ein paar Whey-Proteins. Übrigens haben wir hier, das ist eine neue, limitierte V10-Booster, Freunde, ein Upgrade. Der wird hier gleich nochmal ein bisschen verlost, ein bisschen was verschenkt, dann wird hier gleich nochmal Stimmung gemacht. Whey-Protein haben wir im Start, coole Verkäufer, neue Riegel sind hier und ich kann kaum noch sprechen. Jetzt machen wir hier nochmal ein bisschen Alarm. 1 1 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und wir sehen uns zum nächsten Video.